Und in die Sneaker rein, mit der BVG fahren, vorher war man nur am Über, nice gedresst, jeden Abend ein nices Restaurant, okay das gibt's hier auch, aber es ist einfach irgendwie so, der Vibe ist halt einfach anders und ich hab halt einfach immer irgendwie gerne eine gute Zeit. Und wenn ich aus, geh eigentlich auch nicht so wirklich zum Trinken, sondern immer zum Tanzen. Die jungen Leute stehen jetzt auf. Okay. Mama. Hallo. Oh baby, you're losing me, you're losing me, yeah.